Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Though for Mangas Episode 1 Faith. Wir waren gerade in einer Bar auf der Suche nach dem Woodman und haben gegen irgendwas anders kämpfen müssen, weil der hat die Snow White beleidigt und das geht ja nun wirklich nicht. Leider habe ich ihn entkommen lassen müssen, weil ich dafür den Typen da gefangen genommen habe. Mal gucken, was der mir bringt. Wahrscheinlich nichts. Okay. Ich lasse ihn einfach liegen, warum? Okay. Okay. Wehe mir, der Snow White ist, was passiert. Wehe. No! Nicht die schöne, the beauty. So schlimm? Das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein. Not the beauty. Not nichts, Snow White. No! 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 Why? Why? Oh no! No, 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 no! We had something very special. No! 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 Maybe you just want to punish someone. We can arrange that. What did you do? Friend on friend. At the end of the end. No! Jesus Christ, Big B. Is that you? What did you do? Oh, the Tobak! Then just take me my Snow White. Okay. Oh, now we can... 93... 90,3% have that money given. Choose a hospital. You and I try to stay or what? Oh, that's how we didn't make so I. Halb tot. Okay. Ich hab den tot nicht findet. Ja, klar. Who is your prime suspect? 22% Facepimp. Ah, ich bin bei der Mehrheit. Yay. Yay. Okay. Okay. Who did you rest? Ah, twiddly. Okay. Das überrascht mich ein bisschen. Warum da 80% sich eingewischt haben. Aber hey, okay. Das muss jeder selber wissen. Wow. 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 Alles gut. Alles gut. Alles gut. Abspann. Alles gut. Nicht in dieser Lautstärke mit mir, ja? Ganz ruhig jetzt. Okay. Also das war Episode 1. War schon mal ganz schön. Ich bin... Ich weiß nicht wann Episode 2 rauskommt. Und wenn es rauskommt, natürlich wird es hier gezeigt. Ähm... Ja, war schon ganz nett. Äh... Gefühlt ein bisschen nicht so... Ah, wie soll ich sagen? Also diese Walking Dead hatten sich ein bisschen intensiver alle angefühlt. Das war jetzt mehr so wirklich so... 80er Jahre... Cop-Story oder Detektiv-Story oder so. Naja. Video mal aus. Bis zur nächsten Folge. Tschö.